1895 heiratet Amalie Schlesinger den bekannten Urologen Otto Zuckerkandl und konvertiert zum Judentum. Die beiden haben drei Kinder, Viktor, Nora und Hermine. Zwischen 1913 und 1918 arbeitet Gustav Klimt an dem Porträt Amalie Zuckerkandls. Er stirbt aber 1918, bevor er das Bild vollenden kann. 1919 lässt sich Otto Zuckerkandl scheiden. Amalie Zuckerkandl behält das Porträt Gustav Klimts. Otto Zuckerkandl stirbt 1921. Ende der 1920er Jahre lebt Amalie unter schwierigen finanziellen Verhältnissen. Sie verkauft das Bild an den Freund und Kunstsammler Ferdinand Blochbauer, angeblich zweimal. Er will die Freundin finanziell unterstützen. 1938 flüchtet Ferdinand Blochbauer in die Schweiz, wo er 1945 stirbt. Nach seiner Flucht verfügt Blochbauer, dass das Porträt wieder an Amalie zurückgegeben werden soll. Nach der Machtübernahme der Nazis sind Amalie Zuckerkandl, ihre Kinder und Enkel, großen Verfolgungen ausgesetzt. Amalies Tochter, Nora Stiastny, wird ihre Miteigentümerschaft am Sanatorium Purkersdorf geraubt. 1941 müssen Amalie und Nora in eine Sammelwohnung ziehen. 1942 werden sie vermutlich im KZ Belzec ermordet. Nora Stiastny's Mann und Sohn setzen sich nach Prag ab, werden aber später ebenfalls ermordet, vermutlich in Auschwitz. Zu Beginn 1942 verkauft die Familie Zuckerkandl in großer Not das Porträt Amalies. Möglich ist das nur, weil Nora Stiastny's Mann, Paul Stiastny, kein Jude ist. Er verkauft das Porträt an die Kunsthändlerin Vita Künstler. Nach dem Krieg trifft Vita Künstler zufällig auf Hermine Müller-Hoffmann. Die Tochter Amalie Zuckerkandls und ihr Bruder Viktor haben die Verfolgung überlebt. Vita Künstler bietet Hermine Müller-Hoffmann an, das Porträt zurückzukaufen. Die kann sich das aber unmöglich leisten. Bereits in den 1960er Jahren verfügt Vita Künstler, dass das Porträt Zuckerkandls nach ihrem Tod an die österreichische Galerie, wie das heutige Belvedere übergeben werden soll. 1965 schreibt Hermine Müller-Hoffmann in einem Brief, mit dieser Lösung sei sie ganz zufrieden. 1988, noch vor ihrem Tod, schenkt Vita Künstler das Porträt der österreichischen Galerie. Im Jahr 2000 stirbt Hermine Müller-Hoffmann. Die Erben Müller-Hoffmanns und Ferdinand Bloch-Bauers beantragen beide die Rückgabe des Bildes. 2001 stirbt Vita Künstler. 2005 gibt der Rückgabebeirat keine Empfehlung zur Rückgabe des Bildes ab. Es sei unklar, wem das Bild gehört hat. Ferdinand Bloch-Bauer oder Amalie Zuckerkandl. Die Erben wenden sich daraufhin an ein Schiedsgericht. Das Schiedsgericht entscheidet im Mai 2006, dass das Porträt Amalie Zuckerkandls im Belvedere bleibt. Daraufhin klagen die Nachfahren Bloch-Bauers und Amalie Zuckerkandls die Rückgabe ein. Im April 2008 entscheidet der oberste Gerichtshof in letzter Instanz, dass das Bild nicht zurückgegeben wird. Es bleibt in Belvedere.